hallo willkommen zurück zu skyrim weiter geht's wir befinden uns immer noch hier im zimpel von mirak da war das böse ausmerzen mal gucken wenn er erstmal hier ist auch hier in solstein bleiben erstmal schon mal gucken dass wir alle orte erkunden können entdecken können erkunden alles fest hier sind vielleicht noch machen können dass wir hier nicht mehr hin genau so sieht es aus gibt es gezielt gesundheit sinken mit der gröbe schon egal wundertrunken die robe damit das können sie walten müssen andere hühnerei für alchemie ok damit das können wir walten was gewisse glaube ich nicht nur noch mit schönes da ist nichts durch die falle ausrufe ja du möchte gern fein für die neuen spielerin wir die anspring für einspring versteht schreibt in kommentare wir müssen hier in diesen ruinen aufpassen überall können fallen sein und es sind sicher nicht wenige hat versucht hier die macht zu ergreifen und sich gleichzeitig zu schützen so haben wir eine falle sei es so aus leser ich okay immer weiter wo selbst schuld da können wir unter jedes weiter stark magiker brauchen wir nicht das werden wir nie herausfinden es ist nichts da hinten ist was ja das ist wohl irgendwas erstmal ist ihr kunden den raum hallo warum geht sie vor Oh, Mann So Ah ja, du hast ja auch Oh, da geht's schon runter, da oben Nur kurz zu spüren Mann, Freya Oh Ich Was ich Ich Wie Oder was Kult ist Eine Perle Die Robe der Mütze Starbte Eisstöcheln Ja, 8 Gewicht, genau Haben auch schon mehrmals gefunden So ein Stäbchen Hier oben mal nix, ne Also die beiden, genau Kontrollieren Gold Nehmen wir mit Wer wüsst du denn Äh, das ist die zweite, genau Todesfürst Nordfall Gold Das können wir walten Doch nix So So Äh Gut Ist Gold Grobe Menschliches Herz Äh Ein Balsamierung Werkzeug In Sky Überhaupt Bisschen Komisch Aber Egal So Hier geht's hier weiter runter So So Hier gar nix Und nicht schlecht Aber Haben wir den Griff Weißt du Das leer Äh Die Axt unter Walten Ja Schotti Wer ist da Ich bin Ich bin's Ja Ich wär's Ich Ja Ich wär's Ich wär ich Okay Hm 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 So Auch Erledigt Nein Er ist niemand Lass mich mal machen Das ist hier die Sion Stande die wir drin haben Bei einem automatischen äh aufgeladen wenn man noch leere haben Hm hm Hier ist nichts mehr Nö das ist nix Aber Platz So Jetzt haben wir hier Nix auch nicht schlecht Nicht viel aber etwas Äh Haben wir hier noch trinke Äh 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 Was sind wir noch? Feuersalze Mitnehmen Selten Mitnehmen Aufheben Was man sie für eine Quest braucht Frost Sollste Feuersalze Weil man zwischen die Der äh Schmied in Grifton zum Beispiel Im rei kommt rechts vorne Ich darf mein Volk nicht enttäuschen Ich darf mein Volk nicht enttäuschen Ich wollte ja Feuersalze haben Da haben wir schon lange für er abgegeben Äh 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 Man findet sie nicht oft So was immer behalten Erstmal sagen wir falls man sie noch für eine Quest braucht Ist nur mein Tipp Gold brauche nicht mehr das tot Ein bisschen weh Frau So weg Äh Falle Noch eine Falle Mal 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 gott mir so vor alte nordpfeil das war ein ich komme gleich zu dir gold knochenmehl es ist geschafft hier ist noch tiefer immer tiefer rein in den kaninchenbau hat kein mehr nehmen gelernt da geht es immer wieder zurück naja wahrscheinlich immer hier weiter herunter frau ist ein weg das nächste acht stunden warten da gehe ich nicht runter ja sie nirgends wohl eine kette oder was ich warte ja warte mal genau was mich nicht viel schaden alles aus was los frau komm jetzt hoffentlich ist das die letzte falle nein glaube ich nicht ich glaube da kommen noch ein paar maße hier gar nix hier abkürzung vielleicht könnte in abkürzung seine nach dahinten wohin vielleicht ich gehe es mal dann noch nicht lang halten da geht es nicht weiter da ist auch eine brücke okay ich darf mein volk nicht enttäuschen ja dann bleibt am leben was haben wir hier schönes hier geht es gar nicht weiter müssen wir durch die wand ach hier guck mal da es ging die tür auf wo füssen dann die der geheimen an kleiner wand hier geht es erstmal lang was er wohl hier hinführt man kann nicht eine kammer kann auch sein 15 gold immerhin ein seelensteiner schade nicht jeden steiner schwarzer seelenstein ja so haben wir es auch gelesen kann man es jetzt durch die gitter begeben und über die brücke hier irgendwie ok 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 auch verstanden dass wir eine falle doch noch mehr fallen was werde ich nicht wenn ich mal ein bisschen deutlicher ausdrücken ich kann helfen hier zu hilfe dort wird es sterben können was du aber ja nicht bist ja ja alles gut hier oben ne da so kann man machen ja ja was machen wir noch völlig arschlecken völlig nur noch der endkampf hier der boss wahrscheinlich ich darf mein volk nicht enttäuschen gehen wir von aus machen ein bisschen länger die folge und fertig das war es ja in einem rutschen nicht ist ja nicht verkehrt oder also kann einen hin 35 ja das ist nicht auch nichts danke nur schrottweil für die beiden ja kann man mitnehmen hier ist ja nichts keine trufe nix kann man weiterlaufen hier gezogen es könnte sich lohnen sich umzusehen lohnt sich immer so viele begeht mich hier um ich muss noch was finde ich dann ist wahrscheinlich lang gucken was mal hier was hier noch so ist hier ist was soll das sah so aus ich bin hier oben ein sie kommen jetzt so hoch hier hoch ist nicht kalt aber danke drachen baum ja immer mit furcht haben wir schon müssten meine ich habe den sauber aber kann mir ja auch auch egal mit damit freier für die tippe gerne noch in der folge fertig machen drachen schweigen gehören und da ist er doch immer jetzt noch mehr rüstung drachen vor das macht gut dass wir hingegangen sind da kommt heraus die feiern die schlafen dafür geschlafen der torbächter schlüssel zum zippen von mir ab hier eben als kriegsachster nur 42 gewechselt gehabt also mitgenommen aber warum warum nimmt nur platz weg und grüßt haben mal gut wie nix mehr muss man sowieso überlegen was wir mitnehmen meistens sowieso nur schrott was wir nicht unbedingt brauchen was für meine kiste ja was sie auch schon erledigt sehr schön gehen wir weiter wir müssen länger die folge egal ich will den tempel fällig haben ach war ja schon alles ne das war ja alles genau 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 können wir hier hoch und andere seite lang genau dabei aber es hier kommen wir auf hier genau da naja ist ja gut wo war ich weiß die karte da müssen wir hin wie war das nochmal ich hätte schon den weg doch ungefähr gefunden gehabt ist ja der links links müssen wir einmal hier rumlaufen das böse an diesem ort muss aus dem ich sage mache man doch am besten hier eine kurze pause dann geht es in der nächsten folge mit teil 2 von tempel von mirak weiter bis dahin schön